So, wo ist der? Hinter uns, da in der Richtung Rechts von uns, ja Kommt mir nach Jo, der ist da unten Mhm So, wollen wir über den Träumen versuchen So, alle an Bord Ihr an Bord Dann ist wieder der Grohe Bär Ach Gott Landest am besten Da, wo der Olaf hier landet Der zeigt dies aber falsch an Der zeigt dies jetzt so an Als wenn wir das erste Gerät schon gemacht hätten Ne Jo Da steht ein Hubschrauber drauf Da steht ein Hubschrauber drauf Achso, ja, 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 ja Ich sehe Du kannst runter springen, oder? Ja, ja, aus der Höhe nicht Machst du den Fallschirm auf? Ja, ich bin entspannt Da bin ich wahrscheinlich tot Weil Wenn du ein bisschen weiter rüber gehst Aufs Auszug Dann spring ich da runter Aufs Auszug Warte mal kurz Bitte Ja Äh Was will Ja Da lauft vielleicht umher jetzt Und wenn ich hier gelandet Ja, ja Kommt eine Rakete Hier landen sie in der Kacken Aufsteigen Noch haben wir Zeit Noch haben wir Zeit Noch haben wir Zeit Wir gehen jetzt los wenn wir gehen Gut So, bitte wieder tot Scharfschütze Also hier haben wir noch kein Zeitlimit Hier haben wir noch kein Zeitlimit, nein Da oben ist ein Scharfschütze Au Ja Woody 2 2 2 2 2 2 3 3 4 2 3 5 2 2 3 3 5 5 9 ja ich bin tot genau in den reingelaufen der ist zwar auch dort aber ich bin wenn wir jetzt tot gehen gleich beim ersten dann zu unseren anderen wegen du sauräder noch zählt es ja nicht wir müssen erst die antenne haben aber der terra ist dann noch da aber bei mir fallen die schnell um noch zu tun ja ja klar doch ich weiß nicht wie ein umfall das über mir schnelle umfall da ist ich bin doch nicht so groß so auf jeden fall bin ich wieder auf dem weg da ist man runter ich bin ganz unten ich sage wenn du hier auf stürzt dann bist du am arsch der welt wenn du dich kommst kommst du ja nicht kommst du kommst du ja nicht wir willst denn da jetzt hochkommen wir willst denn da hochkommen das ding ist ja auch hier unten bei mir ich bin auch irgendwie runtergerutscht gerade und kommt ganz hoch dann gut ist aber nur für zeit limit aber die frage ist ja was wir machen wie wird er hochkommen glaubt man weh schlank hier aber der bringt ja auch doch jetzt komm ich da hoch der will ja nicht hoch hoch das ist doch kacke leck mich doch nicht dann schreibe ich hier hochkommen so ich bin wieder hoch na gut bin am kommel wir kommen da auch also vielleicht können wir auch zum terrain beamen warte ich geh mal ein bisschen weiter hoch vielleicht geht es ja denn ne geht nicht ne weil wir im kaum sind ne gerade ähm na ich mach jetzt mal nix ich schleiche mal langsam zum pc und dann warte ich da oben ja die sich beruhigt haben vape ich bin im auto die ist ja nix du warte dir nicht jetzt hier ausm ronde Denkst du kommst so? Warte, das läuft ja noch. Ja, aber die muss ja trotzdem verpackt sein. Gerät 1 von 3. Ja, ja. Ja, freilich verpackt. Das ist ja als Angeschrift, als wenn wir eins schon gemacht hätten. Ja eben. So ist es angezeigt jetzt. Da muss man einen Eintats holen. Ja. Du kommst hier, dabei ist es gar nicht so steil. Ja doch, für die Entwickler ist das steil. Ja, wahrscheinlich. Ich kann ja hier warten bis zu den Sankt-Nimmerleins-Tag oder ich bringe einen zu euch. Aber dann ist ja auch egal. Ob du zu uns springst oder nicht zu uns springst, das bleibt sich. Ich spring zu euch, ja. 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 Das heißt, wir müssen den Hubschrauber hochfliegen nochmal. Ja. 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 So, wollen wir das jetzt nochmal machen? Ja. So, jetzt bin ich hier vor dem Felsen. Äh, doch scheiße. Nun kommst du nicht weiter, ne? Ja. Ja, da bist du hier im Arsch. Sehr. Ja. Meinst du findest die Wiese? Nein, ist es die Wiese da, wo du mal laufen könntest. und der bleibt jetzt stehen macht gar nichts mehr ich hole mir jetzt eine Rufschraube aber ich glaube nicht, dass ich da irgendwie euch abholen kann ne, ne, ganz ne wir sind alle zum Campingplatz tja, also schauen wir mal wo der Campingplatz ist ich geh mal dahin während des Kampfes geht das nicht, scheiße man ach seit dem Kampf von mir ist alles weiß wo bist denn du, den Siggi hab ich aber wo bist denn du er war am Anfang des Biwag, wo wir auch angefangen haben, Schrober ne, was das, ich hab bloß ein Biwag hier in der Nähe ne, ich seh dich ja nicht so, ich geh mal hin zu dem Biwag jetzt da hinten ist er der ist ja wieder im Hubschrauber, der hat den Punkt angeflogen ja 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 Ziggi kann sich ja auch in den Hubschrauber holen mit drei Hubschrauben im Blech ja ich kann nicht in den Hubschrauber rein springen ne lange stehen Olaf, ich hol dich kommt nicht warte mal, ich geh hinten in das Camping, wo du ist ja ich komme jetzt in das Camping oder Ziggis ok so und wo du kommst, Olaf geh mal hast du den Hubschrauber geholt? ja wo ist denn der? ja hier oben, auf dem Berg wieder oh weh, aber jetzt sind wir hier auf dem Berg gerade bin und das bleibt sich ja gleich oben, wo wir dann kraxeln komm Olaf, komm was macht denn meiner hier so, jetzt haben wir zwei Hubschrauber ich komme Olaf, bist du da? warte, ich komme warte, ich komme ich seh, der kreist um, wie so ein Adler ja der Adler der Adler der Adler ja, kannst aufpassen, dass wir nicht zusammenstürzen ich 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 noch 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 im Winter ja jetzt haben wir auch noch einen Scheiß weg da, was wieso? ich 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 den Pump den Pump nicht ne? so, jetzt muss ich jetzt mal sehen wo das ist da oh 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 abgestürzt uuuuuh hui 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 naja, hab gedacht ich schieße mal bisschen so ab da waren wir noch eine Sniper-Ding die, hab die aber nicht gekriegt Mit den Raketen h� r dann brachte ich jetzt noch hin mal gucken Also wir haben Raketen raufgeschossen, weißt du? Du musst doch aufpassen, dass der Hubschrauber da heil bleibt, der da steht. Ja. Wo bin ich jetzt? Ich glaube, ich habe noch mal einen Hubschrauber, oder? Ich habe hier neben dem Hubschrauber gelandet. Abgefallen. Muss ich ja eh zurück. Aber hier geht auch ein Weg, oder nicht? Mal gucken. Ja. Die Wurfs können schon was. Ja. Gut. Jetzt kommen wir schon auf. Den will ich hier. Genau. Olaf. Kommt das alle Scheiß. Alle Scheiß was. Das scheiß Luftflotzeug. Das sind die Sieben. Ja, bis sie die Scham. So. Wo muss ich jetzt da hin? Oh. Du stirbst der Hubschrauber genau neben mir ab. Ich mach momentan keinen Schaden bei den Jungs. Doch, du machst schon Schaden. Ja, aber minimal. Da ist. So ist jetzt mein Punkt. Da. Ja. Da. Da ist nichts für mich da hin. Na da raus. Und da. Wahrscheinlich da ein Stück weiter oben. Kann das sein. Und da ja. Ab ihn. So. Oh. Was macht die gerade? Ich stehe zu gerade. Ach so. Dann brauche ich ja gar nicht hochkommen. Nee. Ja. Dann war ich hier oder weiter. Oder sprich. Alles klar. Ich habe nicht viel Zeit. Aber ich muss das. Und der zum Hubschrauber. Ja. Das habe ich einmal geschafft. Ich schaff's nochmal. Ja. Oh, runter. Ja, es läuft die Zeit nämlich jetzt. Ja. Wo ist der Hubschrauber? Ja, unten. Ja. Muss er auch nicht sein irgendwo. Ja, genau. Da ist er ja. Die. Die. Ja. Olaf, gibst du drauf? Ja, ja. Ich bin drauf. Wirst du die Terre jetzt holen? Nein, nein, nein. Mach das mal, mach das mal, mach das mal. Mach das mal. Ich versuche mir doch irgendwie dahin zu kommen. Ja. Aber natürlich wieder ein helliges Wetter, ne? Ja. Klasse Wetter, ne? Das sag ich dir doch. Ah, du siehst ja gar nichts hier. Nee. Hast ein Nachtsichtgerät und so. Ah, Mann. Sieh, wir stürzen ab. Ja, aber... Das gibt wieder nichts. Das wird wieder nichts, ne? Das ist... Langsam. Ja. Jetzt habe ich die Orientierung verloren, wo das Ding ist. Da drüben muss es sein. Ah, ich bin tot. Scheiße. War ja frei, sagt der Depp. Hm. Er ist doch hier mitten in der Nacht neblig trüb. Du siehst kein... Na ja, aber regnet uns. Regnet uns. Du siehst nichts, ne? Hm. Ja, du hast zig Kontakt zum Feind. Das stimmt. Das stimmt. Genau richtig. Alle? Na ja, die, die mir gefährlich werden können, die habe ich schon. Ja. Ich sage mal. Ja. Das Ding ist da, aufgrund. Ja, ja Ah, ne, ich bin zu meinem Ding Oh, der ist dort Es ist fasziniert, wo dieses Ding ist Wo ist mein Geh du in Deckung, ja Wo ist mein Wahrscheinlich dort drin oder was Du hast es da angezeigt, eins wieder noch Ein Stückchen Olaf, ich bin am hacken Gut Ja, ich bin auch da Sie sind alle tot Nee, das sind doch welche Hab's gehackt, ich bin jetzt bereit Hab die gehackt Ja Wo ist der nächste Hälfte, du musst wieder helfen Genau Wir müssen doch noch einen Hubschrauber haben Ja, wir brauchen wir finden Ich fliege mal hin, 1,8 Ja, fliege du mal hin Fliege du mal hin Ich habe euch die Rücken freigehalten von oben Ja Fliege du mal hin Fliege du mal hin Hey! Schluss, alles fertig. Du konntest dich tannen wie du willst du und... Der hat sich getarnt gehabt, das war bei so unsichtbar. Der Terrer ist unterwegs, ne? Der Terrer ist unterwegs. Aber hier ist noch viel zu kämpfen, da wird bestimmt nix werden. Vielleicht könnt ihr ja her springen. Ne, da geht nix während des Dings. Kann man nicht springen. Ne, also kann man nicht springen. Ne. Also das können wir abhaken. Mit springen können wir abhaken, ja. Der Terrer mit F schnell heißt er. Jo, ich kann. Dann komm her, dann komm her. Ich bin, ich bin schon recht, ich bin schon recht. Gut. So. Ich kann nicht springen. Wo bist du? So. Ich seh dich, ich bin... Drei Schuss und dann ist er... Zwei Minuten. Zwei Minuten. Wofür mica... Gobbe! Wir schauen rein. Wir interviewien dem Wasser. Wir versuchen uns zu machen. Hier haben wir diese Films. Wir suchen eine Bühne.. Wir suchen uns zu werden. Wir laufen unscekwuher... Ä socioe hopen. Nicht zusammen, wenn wir unseren Öía... 讚 pairs DN mit, nein! Leere raus, das ist nichtuitarbero meilleur. Ja! Wir haben uns drehen, die Leute auch immer wirmotät. Ah, ich mach keinen Schein, das bringt nichts von mir. Jetzt bin ich tot, ich kann gegen vier Mann auf einmal, die auf einmal auf mich losgehen, da hast du keine Chance, jetzt muss ich wieder nachladen und es war nichts, es war nichts. Aber die Idee war schon nicht schlecht, mit dem Aufteilen, das war schon in Ordnung. Ja, bloß, ich krieg die Jungs nicht kaputt, das ist es ja. Ja, 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 ja. Dazu bin ich zu klein. Ja, ja. So, Granate. So, zurückziehen. Das ist ja wie ein Pest hier. Wo ist das Ding hier? Da, wo ich rumliege, in der Nähe. Ich war schon auf dem Weg dorthin. Aber vier Mann auf einmal, das war nichts. Und dann nachladen, das ist nichts. So, ich komm. So, schauen wir mal. Hacken. Ich bin am Hacken. Gut. Gut. Jetzt können wir da. Ich bin tot. Gemacht. Gut. Bravo. Bravo. Hier sind welche, mich bitte wieder belieben. Wo bist du? Macht er sie, ich glaube schon. Ich belätze mich. Ich belätze mich weit weg. Gespawnt hier. Huuu. Alter, hinter vorne sind nur welche da ran. Ja, jetzt will ich erstmal kurz ein bisschen verschnaufen. Ja. Ach, wir haben den Scheifeinsatz geschafft. Das ist schon mal wichtig, ne? Ja, das ist immer wichtig, ja. 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 Ja, schon mal wohl. So, jetzt können wir jetzt in Ruhe alles durch. Stöbern, abschalten, auslassen. Kisten. Tür, Eintreten. Kiste. Kiste? Kiste? Ach, da draußen ist die Kiste, ne? Ja. Ja, das weiß ich nicht. Wissen wir nicht. Vielleicht, vielleicht. Vielleicht, vielleicht. Vielleicht, vielleicht. Na, das glaube ich nicht. Das würde ich lieber hier kriegen. Ne. Ah, das war eigentlich ganz scheiße. Das war eigentlich ganz scheiße. Vor allem bei dem Wetter. Und dann so die Haare. Da. Bis die Haare bin ich Haare auf, ja. Ja. Hier gibt's keine Punkte. Nee. Ich hatte nicht auf der Karte. Nee. Nee, der ist keine Punkte. Ist nichts. War dann geschützt, ja. Nix dafür. Nix dafür. Nix dafür. Nix dafür. Nix dafür. Nix dafür. Das ist doch die Scheiße, doch. Ach. Oh, hier. Ey. Tot. Wer ist tot? Hier war noch geschützt. Na, ich. Wer ist tot? Ich? Ich? Ja, da ist doch ein Geschütz hinter dir. Da ist kein Geschütz. Ist ein unsichtbarer. Ja, ich habe jetzt gerade niedergemacht. Das war ein unsichtbarer war das. Achso. Na. Die scheiß unsichtbarer. Haben wir denn schon Karneval? Nee. Karneval haben wir noch nicht. Ich wollte die Ausrüstung hier klauen. Die hier draußen liegt. Guck. Die liegt nicht weiter rum, ne? So. Nee. Ich sehe hier nix. 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 Hier aber noch mal die Violettes irgendwo da, oder? Ach, da unten. So. 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 Nee, ist nix mehr. Dann bringen wir mal zum Camp irgendwo. Wohin, ne? Ja, wohin? Entfernt die Brunenthron in Scale Foundation. Ja, ich guck gerade. Sind hier oben, ne? Ja. 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 Das ist eine gute Idee. Dann ist ja eh Pause, ne? Ja. So, rufe. Ich rufe euch. Ja. Ja, ist hier auch da? Ja. Gut. Ab und Biwak. Gut. Also erstmal hier sicher, der kann Olaf in Ruhe. Ja. Ah, die Räuchern. Anstrengend. Anstrengend. Ja, die, 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 der, der Einsatz der erste, das war scheiße. Ja. Das Ding da, ne? Der war, das haben wir ja mit viel Glück, mit viel Glück haben wir das geschafft. Aber das war echt viel Glück. Ja. In der letzten Sekunde sogar. Ja. Ja. Seit Sigi da noch hingekommen ist. Der Sigi, ja. Der Sigi hat den letzten. Das war auch Glück, dass ich da noch hingekommen bin. Ja. Das haben wir kein Können. Ja. Das war wirklich. Naja.